Gegen Infanterie, äh, MG auf 134, jetzt. Der ist nur, der ist nur bewusstlos. Nicht die Kanone, sondern das MG nehmen. Japp, 133, der da oben liegt, der ist nur bewusstlos. Feuer. Fahr mal rein, Stück links. Ich schön in die Leiche rein, jawoll. Danke. Ähm. Und, ähm, Infanterie, so ein Einzelner kannst du mit MG und größere Gruppen ein Stück weiter weg, die ruhig mit HE. Und ich sag dann immer, was wir wo haben. Wir können auch eine Tor reinjagen in den Hedi da unten. Äh, dann bewegen wir uns aber ein Stück weg. Und zwar... ...bewegen wir uns... ...auf... ...80 Grad. 80 Grad. So. Auf 80? Ja, geht los. Äh. Ich fahr rückwärts, damit wir... ...könnte aber jetzt aber gefährlich sein. Ich ziehe uns mal lieber in Richtung von dem... ...von der, äh, Helikopter-Blabla-Blabla-Scheiß. So ungefähr, ne? Okay, äh, Position halten. Jupp, ja, ist ja auch... Delta 2, ähm, sind auch in der Stadt. Östliches Ende. Kampfbereit. Kannst du sagen, was wir den Heli ja haben, wenn wir es nicht schon wissen. Delta 2 haben, äh, Helikopter aufgeklärt, können ihn bekämpfen. Kommen. Predi machen wir eine TWW. Ah, hast du schon. Ziel. Ziel auf den Helikopter und Feuer. Ich weiß nicht, ob der Bus stört. Probieren. Jetzt feuern. Oh. Perfekt. Warst du das? Ja, ja. Das ging ja schnell. Ich hab auch in der Rakete gesehen. Ja, ja. Ja, damit wäre der Heli auch ausgeschaltet. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wurde gerade gemeldet. Von Delta 3. Ach so. Cool. Ich höre es ja leider nicht mehr. Negativ. Delta 2, äh, Nightbringer. Wow. Das war eine Sekundär-Explosion, glaube ich. Okay. Okay. Was ist denn überhaupt unsere Aufgabe? Wieso stehen wir hier noch rum? Weißt du, was der Plan ist? Negativ. Ich warte jetzt die Funksprüche ab, damit ich dann fragen kann. Ja. Na, was denn? Was? Egal. Ich hab mich mal Turn-out gemacht. Okay, dass ich jetzt da kauft. Oh, was war das denn? Quadrid, Egal Delta 2. Kommen. 1-7-0, runter in der Köln, komm nicht in den Süden der 1-7-Grid-Line, du könntest ein bisschen mehr von diesen Bastards abnehmen. Wer die Ziele sieht, mit ihm absprechen. Ja, hinter den Häusern verschanzt. Sehr gut. Ah, hier muss der Motor an sein, ok. Hast du dich, äh, bist du, äh, herausge... wogst du raus, das Panzer, oder bist du drin? Ich bin gerade drin, weil wegen Nachtsicht und so und ich da gerade nichts gesehen habe. Wo hat die Delta 2 kommen? Äh, ein Bradley fährt nach Norden weg, das ist ja... Flucht vor dem Feind, oder? Geier-Sonderes. Ich öffne mal die Luke. Offen. Wie letzte Gebäude. Gut, wir werden zwischen den Gebäuden, so Richtung 170, uns durchpirschen. Prädie, du hältst die Augen auf. Ja. Soll ich ja durch die Mauer durchbrechen, da diese Moschee? Äh, negativ, links am Felsen vorbei. Links, ja, auch links am Auto, und dann... Links an die, genau jetzt hier zwischen den Felsen durch. Ja, nicht über die Leichen fahren. Hm, ok. Sehr unhöflich. Genau. So, ich glaube, dass da bei dem Haus wo... Das Haus auf 217, 18. Wir werden jetzt noch ein Stück weiter Richtung brennendes Heliwrack fahren. Predikum Richtung Haus. Ja. Der hier absolut nichts. Müssen wir den suchen, den General oder was? Oder hier den... Mh, ja, genau. Wir haben... Genau. Äh, wir fahren auf 216. Ans Hausranden. So, in einem Abstand von, sagen wir, so 30 Meter... ...um das Haus rum. So, in einem Abstand von, sagen wir, so 30 Meter... ...um das Haus rum. Da ist doch schon in einer dunkelgrüne Uniform, oder? Ist das nicht Ihr General? Wiss ich nicht. Wollen Sie die da rechts am Hausrand liegen, oder was? Äh, ne, da unten. Der jetzt mit dem Füßen zu uns liegt. Ja genau, wo gerade aufgezählt wird. Dunkelgrüne Uniform. Aber du bist ein General, das kann ich dir nicht sagen. Wir liegen einige. Job. Das ist er. Er liegt auf... ...17 Grad. Ja. Okay, 17. Soll ich hier, äh... Soll ich mal ausstecken, das verifizieren, oder? Oder? Oder, keine Ahnung, ja. Vielleicht ist er das auch. Ja, mal Position halten. Feuer einstellen. Ja. Andere Bradley fährt erstmal alles platt. Scheiß Caps locker. Ja. Das dauert mir dann aber jetzt echt zu lange. Ähm, ich werde das abbrechen müssen. Ihr braucht ja kein Kommandant. Predi, ist das in Ordnung? Ja, ja, oben. Dann kommt er hier auch nicht, oder? Was, äh, was, ihr habt doch keinen Funkspruch mehr gehört. Du musst das Funkspruch mit dem Ablegen. Ja, 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 ja. Dann kommt er hier auch nicht, oder? Ja, ja, ja. Dann kommt er hier auch nicht, oder? Jetzt, äh, das Gefunke kotzt mich an. Weißt du? Ich drücke die, die Taste zum Sprechen, und dann höre ich dieses typische Mikrofon-Klick, wenn der Funk zu Ende ist, während ich die Taste noch gedrückt halte. So passieren die, die Abbrüche da. Ja, ja. Delta 2, Seel-Toten-General kommen. Wo siehst du den denn? Ach, okay. Riecht hier. Ja. Hier, Delta 2, Seel-Toten-General kommen. Hier, Delta 2, Seel-Toten-General kommen. Ja. Ja. Mich scheint keiner zu verstehen. Haha so jungs ich wünsche euch was gute nacht so